Ba 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 ba! Meine Güte, sieht das gruselig aus. Moin, Leute! Willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge hier in Wobblies Live. Es gibt eine neue Karte, die man spielen kann. Und zwar ist das hier tatsächlich irgendeine Horrorkarte, die ich tatsächlich gefunden habe, die man tatsächlich jetzt installieren und spielen kann. Ich weiß nicht ganz genau, was das für eine Horrorkarte ist, aber es ist das erste Mal, dass man Ketchup hier in Wobblies Live sehen kann. Und ich möchte gerne mit euch gemeinsam diese Karte mal ansehen. Es ist nämlich hier diese Deponie, diese Mülldeponie. Und man hat hier dementsprechend einen Knopf, den man drücken kann. Und wir drücken den mal. Also, diese Karte habe ich hier schon mal mit Toni zusammengespielt. Ich bin mir nur nicht so ganz sicher, was aus der Karte geworden ist, weil sie ist nämlich so neonhaft auf einmal geworden. Aber da hinten habe ich sogar schon vorhin gesehen, dass es hier ein Pfeil gibt, okay? Das Ganze, was hier gebaut wurde, ist sowas ähnliches wie eine Adventure Map. Da macht man hier zum Beispiel diesen Container weg. Und dann gibt es hier noch viele weitere Pfeile, die einem einfach zeigen, wo es lang geht. Das heißt, wir gehen hier durch und ab hier kenne ich mich gar nicht mehr aus. Das ist hier dann dementsprechend der weitere Weg. Hier kann man dann dementsprechend nochmal so eine kleine Kiste wegmachen. Aha! Und dann kann man hier weitergehen durch einen weiteren Secret Room. Es ist also quasi wirklich wie eine geheime Karte hier in Wobblies Live, die man spielen kann. Und das hatten wir tatsächlich so in die Richtung noch nie. Was haben wir denn da? Das ist wie so ein Raum, durch den man durchgehen kann oder durchziehen kann. Ah nee, guck mal, das ist so eine kleine Tür, die man da wegdrücken konnte. Oder wie so ein Regal ist das eher gewesen. Okay, checken wir mal aus, wo wir uns hier befinden. Es ist ganz schön dunkel. Man kann hier immer weitergehen. Und kommt dann hier, aha, in einen neuen Bereich rein. Oh, okay, crazy. Hier sind so ein paar Barrels, wo wir hier durchgehen können. Und wir befinden uns quasi wie in den hinteren Räumen. Und das ist hier alles nochmal komplett anders. Das ist so cool. Das ist einfach so eine richtige Adventure Map, die hier gebaut wurde. Und man kann hier dementsprechend auch ein bisschen schauen, wo man entlang gehen muss. Guck mal, da ist der nächste Pfeil. Da packen wir hier mal dieses Schild mal beiseite. Und es ist immer noch recht dunkel. Ich hoffe einfach mal, dass es demnächst ein bisschen heller wird. Und das hier ist in Engineer Notes. Da steht irgendwie dran, wann die Warnlichter repariert wurden von wem. Und dann steht dran, kann bitte jemand Jasmine sagen, dass eine hölzerne Planke nichts zum Reparieren ist? Oh, okay. Guck mal, hier hat jemand eine hölzerne Planke hingestellt, um dieses Ding hier zu reparieren. Und es sieht so aus, als ob wir hier so eine Wand haben, die wir nochmal umdrehen können. Um hier, aha, einen weiteren Ort zu haben, um durchzukommen. Okay, was haben wir hier? Das hier ist sowas wie so ein ganz dunkler Tunnel. Und hier steht dran, Glas-Barriere-Reaction-Switch. Egal, komm, wir drücken mal drauf. Wird schon irgendwas passieren. Okay, dürfte wahrscheinlich reichen. Guck mal, der Pfeil zeigt in diese Richtung, dass hier ist die Müllverbrennungsanlage. Aber, ach, guck mal, der Pfeil zeigt auch, dass man da runterspringen kann. Und wow, boom. Okay. Wir sind jetzt hier irgendwo in so Müllsäcken gelandet. Ich glaube, das ist sogar hier die Müllverbrennungsanlage, in der wir gelandet sind. Meine Güte, es ist dunkel. Meine Güte, es ist dunkel. Okay. Es sieht so aus, als ob das hier ein verlassenes Labor ist und man hier nicht rein darf. Oh Gott, oh Gott. Okay. Gehen wir mal nach links. Da ist nämlich so ein Rohr mit so ein paar Rauchzeichen oder sowas. Guck mal, hier kann man auch nochmal was wegschieben. Oh mein Gott. Warmly's Life habe ich noch nie so gruselig gesehen. Oh Gott, oh Gott. Okay, guck mal, und hier ist dann so ein Rohr mit solchen anderen Fässern drin. Und hier mit diesem ganzen roten Rauch. Das ist so cool gemacht. Und dann haben wir hier nochmal so ein Schild. Kann man das bewegen? Nee. Sieht nicht so aus. Boah. Okay. Da haben wir aber nochmal ein riesiges, riesiges Tor. Das sieht so aus, als ob das Vault C ist. Das ist wie so eine riesige Tür. Kann man die irgendwie aufmachen? Wow, 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 wow. Okay. Man kann da irgendwie so hoch gehen, aber... Ah, okay, nee. War wahrscheinlich nicht der Fall. Okay. Wir müssen wahrscheinlich irgendwie das Ding so aufmachen, aber da ist ein Pfeil. Guck mal. Aha. Ein Pfeil, der nach oben zeigt. Und hier haben wir auch nochmal so eine Tür, die zu ist. Aber ich glaube, wir müssen wahrscheinlich hochklettern. Oh mein Gott, das ist cool. Und dann kann man hier vielleicht so hoch gehen. Und dann kommt man dahin, wo der Pfeil hin zeigt. Und der Pfeil zeigt jetzt hier rein. Aha. Und jetzt haben wir hier wie so eine Art Fahrstuhl drinne. Drücken wir mal da drauf. Warte mal. Ist das ein ganz normaler Fahrstuhl? Oh je. Oh mein Gott. Was? Womit fahren wir? Okay, 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 okay. Oh, können wir vielleicht hier irgendwo diese Riesentür aufmachen? Das wäre richtig cool. Warning. Okay. Bitte halten Sie Ihre Körperteile raus von der Maschinerie. Okay, das heißt, wir sollten vielleicht nicht unsere Körperteile hier verlieren. Aber hier steht ein Knopf mit Vault Door. Yo, was? Jetzt geht die Tür da unten auf. Oh, krass, Alter. Hier und mir wobblies live. Was ist passiert? Wie cool ist das denn? Okay, das ist wie so eine riesige Tür, die man hier aufmachen kann. Alter, ist die dick. Oh mein Gott, ist die dick. Okay. Huh, huh, huh. Ganz schön rauchig hier. Das ist ja anscheinend sowas wie so ein verlassenes Labor, was wir hier gerade ein bisschen entdecken. Und es ist schon sehr, sehr dunkel. Es ist wirklich nirgendwo richtig viel Licht an. Hier kann man immerhin mein Outfit ein bisschen sehen. Ich bin heute als Frosch unterwegs. Kann man das sehen? Guck, ich bin einfach nur ein kleiner Entdeckerfrosch heute. Und ich hatte eigentlich vorgehabt, eine lustige Karte zu spielen, aber das hier ist doch nicht so lustig. Das sieht mir irgendwie ein bisschen nach einem Schieberätsel aus. Kann ich das? Ah ja, kann ich. Okay, das sind wahrscheinlich so Boxen, die ich so beieinander schieben muss, dass ich da wie so einen kleinen Parcours mir daraus baue. Das heißt also, von groß zu klein, dann können wir da glaube ich so hoch hüpfen, ne? Ding, ding, ding und ding und ding und drüber. Nice. Okay, dann gibt es hier nochmal einen Knopf zu drücken. Das sieht auch aus wie ein Fahrstuhl. Oh nein, er fährt tiefer. Oh nein, ich dachte, er fährt hoch. Oh Gott. Was haben wir denn da? Okay, anscheinend sind wir angekommen. Ähm, ist es hier zufälligerweise das Ende, Leute? Kann man hier was machen? Da leuchtet was. Kann ich nichts bewegen? Nee. Vielleicht dieses Schild hier. Ach, guck mal, da ist wieder so ein lila Pfeil. Mal bewegen wir mal das Schild hier weg. Aua! Ah! Ich hab mich einfach unter dem Schild eingeklemmt. Okay, dann da rein. Okay. Ui, es wird irgendwie immer dunkler hier. Aber es gibt immer diese roten Knöpfe und die kann man... Huah! Okay. Immer drücken, nicht schlecht. What the fissurey do? Was ist das? Das ist ein riesiges weißes Labor, was hier einfach ist. What? Knopf drücken. Okay, das soll hier der Beta-Testbereich sein. Hier liefen gerade ganz kurz ein paar Nachrichten, ne? Es sah jetzt alles ein bisschen komisch aus, aber äh... Professor Grock. Ist das hier dem sein Büro von Professor Grock? Hat der hier gerade gesprochen? Oder bin ich hier alleine? Hier. Das scheint Professor Grock zu sein. Mit einem wunderbaren Fokuhila. Sehr nicer Look. Da ist noch was. Beta-Testing-Door A. Aha. Öffne ich jetzt damit eine Tür von diesen riesigen Türen? Hier? Oh mein Gott. Da ist auch noch ein Professor Grock. Und da hinten ist Albert Einstein. Oh Gott, oh Gott. Hä? Das ist... Was? Oh mein Gott. Hier gibt es richtige Beta-Tests, die hier gemacht werden. Kann man sich hier umziehen? Ne. Das sind einfach nur so kleine Zeichnungen. Oh mein Gott, ist das witzig. Okay. Also. Grab a barrel. Okay. Nimm einen Barrel. Festhalten und springen. Hier kann man jetzt springen und festhalten. Oh, ja, kann man. Oh, okay, okay, okay. Nice, Mann. Whee. Jetzt kommen die hier rüber. Größere Items. Oh, bringen dich noch höher. Kann ich auch zwei Items gleichzeitig nehmen? Ja. Vielleicht kann ich damit noch mehr Auftrieb bekommen. Wow. Alter, 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 habe ich Auftrieb bekommen. Aha. Alter, crazy. Nicht schlecht. So, nehme ich die zwei hier mal mit. Und dann... Whee. Oh nein. Okay. Es gibt sowas wie lila eine Bereiche, glaube ich, die sowas dann kaputt machen, wo man Items nicht mitnehmen darf. Alter, was? Das ist ja richtig cool gemacht. Hier kann man ja richtig spielen. Okay. Da steht dran, manchmal ist es besser, zwei zu nehmen denn eins. Ach so, okay. Hier kann man dann zwei nehmen. Whee. Okay, damit können wir jetzt auch fliegen. Ai, ai, ai. Okay, das ist jetzt ein größerer Bereich, wo wir uns hier so ein bisschen durchbewegen können. Da ist jetzt hinten Lava. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt machen soll. Aber ich fliege jetzt einfach mal weiter geradeaus. Vielleicht komme ich durch. Ah. Bitte, bitte, mach mich hoch. Hoch, hoch, hoch. Ich möchte hochfliegen. Hoch, 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 hoch. Ja. Nein. Ich komme nicht ganz so hoch. Nein. Okay, okay, okay. Warte, 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 warte. Ich, ich, ich lasse mal hier bei... Nein. Jetzt habe ich beide losgelassen. Jetzt werden die... Nein. Wie komme ich jetzt da hoch? Ich habe gedacht, dass wenn ich diese Dinger jetzt da hinten loslasse, dass die dann irgendwie mit mir runterkommen. Aber ich habe vergessen, dass die fliegen können. Ey, guck mal. Auf der anderen Seite geht es weiter. Oh, guck mal, da. Da, 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 da. Da ist ein Ventilator. Und dann können wir den hier benutzen, um auf diese Fläche da zu kommen. Oh, nice. Nice. Okay, nice, nice. Das ist ein Extra Supply. Okay. So, nehmen wir hier den Extra Supply. Und jetzt können wir von hier oben ausspringen. Und damit kommen wir jetzt auch auf die andere Seite. Oh, krass. Ich habe gedacht, wir müssen einfach so durchlaufen. Aber es gab hinten tatsächlich noch einen Extra Ventilator, mit dem man es schafft. Wir hätten es so nämlich vom Boden aus nicht geschafft. Oh, krass. Ai, 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 ai. Okay, okay, okay. Da kommen wir durch. Ist das schon der erfolgreiche Beta-Test hier gewesen? Wie. So, einmal hier runter. Oh mein Gott, jetzt muss man hier nochmal lang gehen. Okay, wieder zwei solche Barrels holen. Oh, okay, okay, okay. Okay, 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 okay. Warte mal, wo müssen wir denn hin? Einfach nur hier runter, glaube ich. So. Hier runter. Dann ist da nochmal Wind. Der schlägt uns hier hin. Und hier steht dran, Staging Area. Okay, ich glaube, hier müssen wir wieder bauen, oder? Lass uns mal hier so eine 4 nehmen. Sogar sehr lieb von dem Spielemacher, dass er uns einfach die Boxen auch einfach nummeriert hat. Weil er hat nicht genug Vertrauen in uns gehabt, dass wir das selber schaffen. Deswegen gibt es jetzt diese Boxen einfach mit Nummerierung sogar. So, da haben wir 1, 2, 3, 4. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5. So, dann 6. Zack, zack und zack. Jö, jö, jö. Nice. Was ist das denn? Oh, nein. Hier müssen wir tatsächlich jetzt ein Basketball... Nein, was? Da ist ein riesiger Basketballkopf und ein riesiger Knopf. Okay, let's go. Dann lass uns mal hier einen Dunk machen, oder? Also, erstmal ganz entspannt hier entlang gehen. Ganz entspannt hier entlang gehen. Dann hier auf jeden Fall den Ball loslassen. Und, geht er durch? Nein. Okay, oh Mist. Ich habe einen Fehler gemacht. Haha, der Ball bleibt jetzt die ganze Zeit an der Decke. Oh, nee. Es geht gar nicht darum, den Ball reinzuwerfen. Es geht eigentlich nur darum, den Knopf zu drücken. Aber ich möchte trotzdem einmal durch das Ding hier durch. Yeah. Yeah. Okay, nice. Das haben wir geschafft. Und jetzt aber hier bis zum Schluss. Und dann, zack, Knopf gedrückt. Yeah. Geht hier irgendwo jetzt eine Tür auf? Ah, nee. Da geht die Tür auf. Okay. Ich muss mal ein Basketball mitnehmen. Ah, nee. Hier gibt es auch andere Sachen. Okay. Was ist denn das? Ist das hier so eine kleine Lounge, wo man sitzen kann? Ich glaube schon. Sieht irgendwie nicht so gemütlich aus. Aber ist okay. Kann man damit nicht fliegen? Nein. Man kann damit nicht fliegen. Okay. Ich muss den Basketball wieder mitnehmen. Oh, Mist. Zum Glück habe ich jetzt gerade den Basketball nochmal mitgenommen. Damit komme ich hier nämlich durch. Huch. Und hier sind nochmal so ein paar Professoren, die hier wahrscheinlich mitgearbeitet haben, die diese Testung machen. Guck mal, das ist Lars einfach mit seiner Nase. So. Anti-Gravity-Test-Chamber. Oh mein Gott. Okay. Lass mal da reingehen. Das hier ist... Wow. Was? Hier gibt es einfach keine... Hier ist einfach alles schwerelos. Oh mein Gott. Was? Nein. Niemals. Crazy. Das sind einfach wie diese Kühe, die man so herumwerfen kann. Hey. Guck mal, man kann diesen Ball so werfen. Also ist es cool, dass so eine ganze Tafel... Hey. Guck mal, ich kann mit der Tafel fliegen. Nice. Okay. Was ist das? Da steht an, Test Nummer 1, Exit. Äh. Oh Gott. Okay, Test Nummer 1. Oh. Please watch your step. Okay. Warte mal, und was ist das hier? Beta-Testing, Door B. Ach so. Oh Gott. Zum Glück haben wir den Knopf gedrückt. Weil wären wir jetzt weitergegangen und hätten da den Knopf nicht aufgemacht, hätten wir einfach Door B nicht aufbekommen. Cool. Jetzt haben wir einfach Tür A schon gemacht. Wee. Boom. Und können uns jetzt weiter auf den Weg machen zu Tür B. Okay. So nutzt du das Go-Fast-Prinzip. Geh ganz vorsichtig auf die schnelle Straße und dann werd richtig schnell. Okay. Ist das hier die schnelle Straße? Oh. Ja. Das ist sie. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hätte da vielleicht nicht aufstehen müssen. Ich glaube, wenn man liegen bleiben soll, sollte man liegen bleiben. Jetzt sind wir wieder auf der schnellen Straße. Wir gehen wieder schnell. Schnell, 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 schnell. Okay. Ich schlage hier die Sachen um. Einfach weiter rutschen. Ich glaube, wir rutschen einfach durch. Hui. Oh mein Gott. Was? Das ist wie so eine riesige Strecke, wo man einfach so durchrutschen kann. Hier sind jetzt sogar noch so ein paar kleine Schanzen, die man nehmen kann. Dann gehen wir hier weiter. Wow. Was? Oh. Man muss ja quasi fast gar nichts machen. Du wirst ja hier wie so durchgereicht einfach. Und dann geht es da hinten wieder zu so Rauch. Okay. Das ist jetzt wieder so eine schnelle Strecke. Okay. 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 Oh. Nicht, dass ich hier. Hui. Oh Gott. Ah. Dass ich hier so stehen bleiben muss. Okay. Das Interessante ist halt, bei Warbleys Live kann man halt nicht sterben. Dann kann man hier nochmal lang gehen. Ach guck mal. Und da hinten sind wieder die Barrels. Ich glaube, das ist sogar schon fast zu Ende des Levels. Huch. Hui. Juhu. Boom. Wir haben einfach fast alle kaputt gemacht. Nice, Mann. Äh. Oh. Was? Wo gehen wir denn jetzt hin? Ai, ai, ai. Okay, okay, okay. Huch. Huch. Guck mal, wie viele da noch hochkommen. Meine Güte. Alle, die wir gerade, glaube ich, umgestoßen haben, sind ja jetzt noch hinterher gekommen. So. Wir haben jetzt hier nochmal so einen Pfeil, der in diese eine Richtung zeigt. Ich glaube, wir dürfen nicht auf diese Streifen hier springen. Denke ich mal. So. Und dann hier einmal wieder hoch. Hui. Dankeschön. Oh. Und damit kommen wir so. Wir haben jetzt sogar schon zu Beta-Testing. Tür C. D-d-d-d. So. Da hinten geht sie schon auf. Tür C ist das nächste gute alte Experiment. Hier geht die Wand auf und wir gehen jetzt zu unserer letzten Tür. Alter, das ist richtig cool, dass es hier so viele verschiedene Tests gibt. Okay. Also. Tür A war Gravitationskraft. Tür B war Schnelligkeit. Und Tür C. Was wird Tür C sein? Tür C sein? Tür C. Elektrizität, Power, Energie. Sowas in die Richtung. Oh Gott, oh Gott. Schauen wir rein. Oh. Was ist das denn? Die unbekannte Energie. Okay. Man bekommt also diese Energie hier aus einem Stein. die aus einem seltenen, unbekannten Stein aus dem Wobbly-Dschungel kommt. Sehr interessant. Drücken wir mal drauf und gucken mal, was passiert. Oh. Okay. Der Boden ist erstmal weg. Eieieiei. Eieiei. Entkomme. Mach es aus. Okay, okay, okay. Wie mache ich das denn aus? Oh Gott, das ist großartig. Warum sind die Level immer so dunkel? Okay. Da lang? Jetzt da lang. Das ist doch gar nichts. Hä? Springen wir mal einfach. Oh. Oh mein Gott. Okay. Ich verstehe. Hier ist... Hä? Ich kann hier einfach so herumlaufen. Hier ist so Gravitations... Was? Ich kann diese Gegenstände hier einfach bewegen, ne? Oh, sogar die riesige Kugel? Hä? Man hat hier irgendwie wie so einen unsichtbaren Weg. Man kann hier einfach alles be... Oh, da! Den Knopf muss ich drücken, oder? Drücken. Oh mein Gott, was? Da hat jemand gerade geredet. Okay, ganz ruhig. Gehen wir mal hier hoch. Okay, was haben wir hier? Hier ist auch wie so ein Zettel. Da steht dran, denjenigen, den es interessiert. Ich habe einen riesigen Fehler gemacht. Mach es aus. Mach es aus und flüchte. Flüchte! Das ist vom Doktor geschrieben. Die Main Reactor Power. Jetzt machen wir hier die Power vom... Hauptsächlichen Reaktor an. Oh! Was? Danke fürs Spielen! Dieser Mord wurde von Sketchy-Slimm gemacht. Oh mein Gott. Was? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Wir sind hier einfach in so einem Universum gelandet. Und da hinten ist so ein Wobbly in so einer Blase. Wie cool ist das denn? Oh mein Gott! Crazy! Ist einfach so ein luftleerer Raum gewesen. Und wir haben jetzt hier nochmal... Zack! Eine Tür. Und dann kann man hier nochmal runter gehen. Und... Tada! Was ist das denn? Ist das hier nochmal ein... Ein Parcours oder sowas? Wow! 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 Okay! Wow! Krass, Alter! Wow! Ist hier jetzt einfach nochmal so ein Parcours. Warte mal, den schauen wir uns auch nochmal an. Fun to swing on. Hä? Oh! What? Ach, der zeigt hier nochmal, was der nochmal so alles umgesetzt hat. Für so verrückte Sachen in Wobbys Live. Es gibt auch zum Beispiel solche Blasen, an die man sich so dran heften kann. Das ist ja mega cool. Hä? Dieser Ball leuchtet auch so pink. Guck mal, man hat den wie so ein Licht immer so da dran. Und dann hat man hier nochmal so einen Tunnel. Oh! Okay. Ui, 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 ui. Okay, da wurden wir jetzt durchgehauen. Oh! Jetzt wurden wir hier auch nochmal durchgereicht. Ist das hier schon das Ende vom Level oder was ist das genau? Aua! Hilfe! Wo sind wir denn hier? Das ist ja cool. Das ist wie so ein Testraum am Ende der Karte. Achso! Da steht es sogar dran. Das hier ist der unfertige Ideenraum. Ah! Das sind alles Ideen, die der Spielentwickler noch hatte. Die er einfach mal so teilen wollte. Hier ist nochmal wie so ein... Oh! Super schneller... Superschneller Fahrstuhl. Okay. Und das hier dürfte, glaube ich, diese Schanze sein. Was steht da dran? Go Fast Obstacles... Äh, Obstacles Prototyp. Okay. Hiiiiha! Ui, au, 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 au. Oh, nee. Hat nicht ganz geklappt. Okay. Ist nur ein Prototyp. Okay. Meine werten Damen und Herren. Das war eine Wobblies Live Adventure Map. Falls es euch gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben auf dieses Video. Ich finde es sehr interessant und ich frage mich natürlich, was da noch kommen soll. Falls jemand von euch eine Wobblies Live Karte bauen kann und Bock hätte mir eine Karte zu bauen, ich würde sie gerne spielen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, falls ihr euch da entscheidet, was zu machen. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr eine Karte gebaut habt. Ich werde auf jeden Fall weiterhin Ausschau halten nach weiteren coolen Karten. Hopp, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Und ciao! 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 Ciao!